Herzlich Willkommen in Berlin. Das kann was Gutes sein, muss es aber nicht. Oh, der 1029 dort, der winkt schon. Wow, der ist wirklich schön. Alter, macht nicht so'n Scheiß, macht nicht so'n Scheiß, nicht so'n Scheiß machen, Junge. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Gut. So, jetzt abhauen hier. Weil, wir haben es ja erobert. Boah, ich möchte ja gar nicht mehr. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingeloggt. So. Äh, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir müssen vorsichtig sein. Das kann doch durchaus schon sein. Das geschieht im Recht. Haha. Noch mal ein Treffer. Der trifft ja nur noch. Der kann ja nicht mehr. So. So. Ich find's cool, wie der Lippenspringer da mal sehr gut drauf ist. Ähm. Find ich eigentlich. So. 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 ich kann mal nicht mehr rausnehmen und vermuten ihn. Jetzt hatte leider meine, äh, jetzt hatte ich seine Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Schön. Ja, wir werden, sag ich mal, ein bisschen besser sein. Und die Artillerie? Wo tun wir die denn hin? Ich hab grad nix. Scheiße. So, ich mach mal aufwarten. Ui, geiles. Das ist natürlich sehr schön. Das haben wir auch. Bomben. Bomben ist natürlich so gut. Wir müssen mal schauen. Da ist mein Ding. So. So. Na. Und. 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 Wow. Ok. Schön. Jetzt. Wann. Ich will noch so nochmal ein bisschen weiter. Hab schon. Ja. Ne. 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 Oh Mann. Oh. Ein bisschen. Oder ein kleines bisschen. Äh. Ein kleines bisschen. Koordinaten bestätigen. Sag mal, als ich dachte. Ja. Noch ein bisschen mehr. Und. Und. Ja. 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 Wechsel das mal. Ja. Oh Mann. Nee. Pfie. Ich habe auch. collagen. Dreim錢. Geil. Ja. Oh man, ich bin ein Idiot. Ich hab den falsch schon gemacht. Oh Gott, was war denn das für ein Kaffer wieder? Oh, ey, Alter. Ja gut, ganz nice. Aber ich glaube, jetzt werden wir mal nach links. Oder? Das würde doch eigentlich nicht um den Spaß noch hören. Oh, oh, oh. Das ist da aber reingesicht. Super schön. Das ist so geil. Das heißt was. Das ist ja das. Ja, wir sind jetzt kränkbar. Auflapp die Kasse! Alles, ja. Genau, ja, danke. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist jaileser. Die ist doch gar nicht. Und zwar möchte ich gerne... Was möchtest du? Wieso sieht denn mein Panzer eigentlich genauso aus wie der Panzer? Ja, der Hauskumpel-Panzer. Das ist noch nicht zu fassen. Könntest du vielleicht mal erledigen? Ich weiß nicht. Ey, Alter, wieso treffe ich den nicht? Das ist ganz toll. Hallo? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen! Der in alle Stütze, wo der ausgeteilt ist! Alter... ... 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